Musik 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 Mein Name ist Martina Weibitzan und ich bin Orgelschülerin mit Beginn dieses Jahres in unserer evangelischen Kirchengemeinde hier in Biber im Schwessart. Da ich verletzungsbedingt zurzeit die Orgel nicht richtig spielen kann, hat uns Frau Elina Schmotzer, eine unserer Organistinnen, das Eingangsstück gespielt. Heute erkläre ich die Funktion und Bauweise von Labelialpfeifen, sogenannten Lippenpfeifen. Dies möchte ich durchführen an unsere Orgel, die 2003 von Andreas Schmidt hier gebaut worden ist. Die Orgel ist nicht nun ein totaler Neubau. Man kann später sehen, einige Pfeifen wurden aus einer früheren Orgel, die hier in der Kirche stand, welche von den Gebrüdern Ratzmann gebaut wurde, übernommen wurden. Neben den Labialpfeifen gibt es auch noch Lingualpfeifen, sogenannte Zungenpfeifen, welche in einem späteren Video behandelt werden. Das Video gliedert sich in zwei Teile. Wie entsteht ein Orgelton eigentlich? Und das zweite, dann werfen wir einen Blick in die Orgel hinein. Wie entsteht nun so ein Tonklang, welchen wir zu Beginn von Frau Elina Schmotzer gehört haben? Der Hauptbestandteil einer Orgel sind ihre Pfeifen und damit der klangerzeugende Teil einer Orgel. Wie entsteht nun so ein Ton in einer solchen Labialpfeife, wie sie richtigerweise genannt wird? Man kann zum Beispiel durch das Anblasen über eine Flaschenöffnung hinweg einen Ton erzeugen. Dabei entsteht eine Luftschwingung in der Flasche, welche als Ton dann zu hören ist. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Orgelpfeife. Hier strömt die Luft über das sogenannte Fußloch in den unteren Teil der Labialpfeife, das Unterlabion. Die Luft strömt hier an der Kante und tritt aus der Kernspalte aus in das Oberlabion. Der Luftstrom wird dabei nach innen und außen abwechselnd abgelenkt und dadurch wird eine Luftschwingung in der Pfeife erzeugt. Die Länge einer Pfeife bestimmt im Wesentlichen die hohen Tonhöhe. Die Länge ist von dem Aufschnitt bis zur ersten Öffnung, das ist die Pfeifenlänge, die den Ton bestimmt. Der Querschnitt einer Pfeife sowie hier die Labialbreite und die Höhe des Aufschnitts sowie den Winddruck, den ich habe hier unten am Fußloch, prägen die Klangfarbe einer Orgelpfeife. Die entstehenden Grundschwingungen der Luft in der Pfeife beträgt eine Pfeifenlänge. Neben den Grundschwingungen werden aber auch andere sogenannte Oberschwingungen erzeugt, die ebenfalls zum Gesangklang des Tonbildes beitragen. Ich möchte hierzu eine andere Pfeife verwenden, um das nächste zu beschreiben. Pfeifen können sowohl aus Metall, aber auch aus Holz bestehen. Es gibt nämlich Besonderheiten. Die Holzpfeife ist ähnlich aufgebaut wie die Metallpfeife. Hier habe ich meinen Aufschnitt und das ist meine Pfeifenlänge. Auch wenn ich diese anblase, wird ein Ton erzeugt mit der Schwingung der Pfeifenlänge. Man kann dieses Ende der Pfeife aber auch schließen. Und wenn man dann den Ton hört, wird man feststellen, dass der Ton um eine Oktave tiefer ist. Das sind sogenannte Gedaktepfeifen. Hier beträgt die Grundschwingung dann nur noch die Hälfte. Im Gegensatz zu einer Flöte kann bei der Orgel jede Pfeife grundsätzlich nur einen bestimmten Ton, einer bestimmten Klangfarbe und Lautstärke erzeugen, sodass in einer Orgel eine Vielzahl unterschiedlicher Pfeifen vorhanden sind. Um die verschiedenen Tonhöhen, Klangfarben und Lautstärkigen zu ermöglichen, verwendet man Pfeifen von verschiedener Größe, Bauart. Und dieses können wir uns einmal in der Orgel ansehen. Hier nun ein Einglick in unsere Orgel. Sie können alle Pfeifen sehen. Auf der einen Seite die Holzpfeifen, gedakte Holzpfeifen, Metallpfeifen, Lingualpfeifen, auf der anderen Seite die kompletten Labialpfeifen. Die Orgel hat ca. 802 Pfeifen. Und sie bestehen auf der einen Seite, wie schon erwähnt, aus Metall oder Holz. Metallpfeifen haben meistens einen etwas schärferen Klang, im Gegensatz zu Holzpfeifen. Als Metall für die Orgelpfeifen wird hauptsächlich eine Legierung aus Zinn und Blei verwandt. Dieses kann in unterschiedlichen Massenverhältnissen geschehen. Darüber hinaus verwandt früher Kupfer auch sehr oft in den Bau von Pfeifenverwendung. Bedingt durch den Krieg wurden viele Zinnbleipfeifen eingeschmolzen und sie wurden dann durch Zink ersetzt. Man kann zusätzlich zu der Legierung von Zinn und Blei noch sogenanntes Antimon verwenden. Dieses gibt eine größere Stabilität, sodass z.B. Orgelpfeifen durch ihr Eigengewicht nicht zerdrückt werden. Nebenbei wirkt das Antimon auch gegen die sogenannte Zinnpest. Die Zinnpest ist eine Krankheit. Wenn es kälter wird als 17 Grad, dann zerfällt das Zinn und damit vielleicht die Orgelpfeife. Das Alter einer Pfeife und wie sie zusammengesetzt ist, hat keinen Einfluss auf den Ton. Weil der Ton selber ja in der Pfeife als Luftvibration zum Tragen kommt. Wenn man genauer hinguckt in unsere Orgel, dann kann man neue Pfeifen sehen, die doch recht glänzend sind, aber auch ältere Pfeifen die leicht bräunig sind. Das heißt, sie stammen von einer früheren Orgel. Die Holzpfeifen werden meist aus unterschiedlichen Eiche, Nagel- oder Obsthölfern, gelegentlich, aber auch exotischen Hölzern, gefertigt. Das Wichtigste an den Holzpfeifen ist, dass sie innen drin keine Löcher haben oder Beschädigungen haben. Deswegen werden sie meistens mit Leim ausgegossen, um dann total abgedichtet zu sein, um damit einen sauberen und klaren Klang zu erzeugen. Das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist, jede Pfeife hat eine Grundlänge. Doch aufgrund von Temperatur und anderen Widrigkeiten kann es dazu kommen, dass die Pfeife nicht immer den gleichen Klang hat. Und außerdem muss sie ja auch im Gesamtbild mit den anderen Pfeifen sein. Dazu kann man Orgelpfeifen auch stimmen. Hierzu ist eine Öffnung und da ist das Material aufgewickelt worden. Und je nachdem, wie es aufgewickelt wird, wird der Ton höher, wenn ich weiter aufwickele, oder wenn ich abwickele, wird er tiefer. Das Gleiche findet man an Holzpfeifen. Dort ist auch eine Öffnung mit einem Metall, was man auf- oder abwickeln kann. Jetzt kommen wir noch mal zu den Gedankenpfeifen. Bei den Gedankenpfeifen gibt es eine solche Öffnung nicht, aber man kann den Stopfen mehr oder weniger reindrücken oder rausziehen, um die Tonhöhe entsprechend zu korrigieren. Ich danke Frau Elina Schmotzer für die musikalische Begleitung und Frau Dorothea Harris für die Video- und Tonaufnahmen. Im nächsten Teil erklärt Marius Möller weiteres über die verschiedenen Klangfarben von Orgelpfeifen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Martina Weibelsamt. Begleitung von Orgelpfeifen Amen. 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 Amen.